Sooo... Ich glaube nicht viel machen, irgendwie... Äh, ja... Muss ich ja irgendwas nehmen, ein Spheroiden oder so... Oh, jetzt geh ich ihn nach oben, toll... Ich kann nicht weiter, also was kann ich da schnell machen? Ja, hallo... Ah, geht doch, schön... Okay, da schallt sich ein Bildschirm ein... Sooo... Und ich muss dieses Muster hier... Komm... Okay, das müsste dann der sein... Es ist der da... Nein... Falsch... Jetzt gehen sie wieder weg... Wie Tetris... Ziemlich wie Tetris... Das war irgendwie falsch, aber ist jetzt auch egal... So... Damit müsste jetzt die Tür geöffnet werden... Und die Tür wird auch gleich geöffnet... Schön... Okay, ich habe hier noch eine weiße Fläche gesehen... Aber ich kann jetzt noch... Jetzt kann... Ich kann jetzt nichts mehr machen... Ich kann jetzt nichts mehr machen... Ein Loch für einen Zyroiden... Dann kann ich ihn wieder rein... Eben... Okay... Es gibt einen Muster... Wenn ich den hier... Einschiebe... Immer noch dasselbe, habe ich das Gefühl... Jetzt muss ich noch mehr... Na, ist doch egal... Mach ich gerne... Ein Loch für uns für Wien... Aha... Da werden irgendwie wieder einige geöffnet... Okay... Na gut... Na gut... Um welchen mal hier... Zu suchen... Das ist eines... Das hier ist eines... Ich muss mal gut überlegen... Das hier... Ist keines... Okay... Nochmal... Dieses hier auf jeden Fall... Das hier... Das kann ich sehen... Das hier kann ich auch sehen... Das ist auch nichts... Das ist auch nichts... Das ist auch nichts... Das ist auch nichts... Aber das hier... So... Noch zwei... Gut überlegen... Da wird nichts passieren... Passt auch so nicht... Das ist weiß... Das sehe ich jetzt schon... Das hier... Mäh... Doch... Das stimmt so... Dann noch das... So... Noch eines... Das müsste dies sein... Genau... So... Damit haben wir ein Symbol... Aber ich muss noch ein paar weitere kriegen... Jetzt mal dieses reindrücken... Dann kommt das Gelb Symbol... Und dazu muss ich noch etwas anderes machen... Eieieiei... Also... Das heisst sich mal dieses hier... Ja... Das passt... Dann dieses... Dieses... Ähm... Dreimal sowas... Okay... Den hier nicht... Aber das hier... Genau... Passt... Das ist ein langes... Wie das aussieht... Rotes... Das hier nicht... Oder... Das hier... Äh... Eines fehlt noch... Das ist rot... Soll ich das sehen... Nein... Das ist falsch... Schade... Okay... Nochmal das hier... Das hier... Das hier... Nicht... Okay... Interessant... Das ist eh weiss... Also egal... Fange ich nochmal von hier an... So... Das ist rot... Schonmal gut... Das müsste weiss sein... Ja... Weiss... Am besten ich teste kurz mal alles aus... Damit ich... Bescheid weiss... Das ist auch weiss... Gut... So... Was ich es mir gedacht habe... Das ist blau... Und auch nicht nötig... Gut... Das heisst dann... Das hier müsste rot sein... Gut... Das hier auch... Und das hier... Jo... Das hier... Jo... Das hier... Jo... Das hier... Das hier... Das hier... Und das noch... Es fehlen noch zwei... Gut überlegen... Was gehört noch dazu? Ich weiß... Das ist da... Nicht der Rede wert... Das ist auch nicht der Rede wert... Das ist weiss... Das ist auch nicht der Rede wert... Das passt auch nicht... Das auch nicht... Das auch nicht... Das passt ebenfalls nicht... Das hier aber... Genau... Uns fehlt nur noch eines... Aber welches... Müsste das hier sein... Genau... Wir haben hier ein zweites Symbol... Dann haben wir ein zweites Symbol... Also... Weiter geht's... Damit geht's weit mit dem blauen... Sieht schon wieder ein bisschen anders aus... So... Du willst Tetris spielen... Du kriegst Tetris... So... So... Das nicht... Aber das hier... Genau... Schön... So... So... Irgendwo durchlaufen... Ähm... Nö... Nein... Nein... Nicht draufzetten... Nicht draufzetten... Aber darauf... Gut... Was haben wir noch... Das hier... Und das hier... Da fehlt noch eines. Eins fehlt noch. Müsste das hier sein. Genau. Passt. Damit haben wir ein drittes Symbol. Drei fehlen noch. Da ist ein drittes Symbol. Das erinnert wirklich total an Tetris. Das ist unglaublich. Ähm, ja. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das. Genau. Das ist zwei. Das hier. Das ist es nicht. Das kann ich jetzt schon sagen. Das ist es nicht. Aber das hier. Und was noch? Hm. Weiß, weiß. Das ist auch weiß. Ähm. Jetzt gut überlegen. Da ist es nicht. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Da ist es nicht. Da ist es auch nicht. Das auch nicht. Das ist es auch nicht. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Ne, das ist es nicht. Oder doch? Ne. Ne, ne. Das ist es nicht. Nicht. Nicht hier. Ja, gute Frage, welches es jetzt ist. Weiß es jetzt echt nicht mehr. Musik überlegen. Dramatisch überlegen. Weiß es nicht auf jeden Fall. Das kann ich jetzt schon sagen. Es ist nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Und dieses auch nicht. Hm. Doch, es war's. Gut. Geschafft. Das ist auch das vierte Symbol da. Jetzt habe ich doch zwei Farid, die ich einsetzen könnte. Oder müsste. Die müssten da vorne sein. Ein Farid von Besaid. Ja. Und hier. Dann nehme ich halt diesen. Hier. Das ist halt dunkel. Ist doch scheiss egal. Das ist halt dunkel. Ist doch scheiss egal. Okay, es fehlt noch was. Dann nehme ich den hier. Dann nehme ich den hier. Es wurde dann von Besaid genommen. Und den stecke ich jetzt. Hier rein. Witz. Guck. 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 Guck, guck. 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 Das ist jetzt eine Plattform. Schön, damit ist eine Plattform erschienen. Es ist total hell und ja, ich musste noch etwas machen. Aber zuerst mal speichern. So, Speicherstamm 4, beschreiben. Und dann gehts weiter. Ja, da kommt schon der nächste Kampf. Und zwar gegen... Was ist das? Position... Ja, Moment. Nein! Nicht verteidigen! Doof, Trottel! Wächter Heidentum. Aha! Okay, was steht da so besonders? Ihm niemals frontal gegenüberstehen. Mittels Position... Im Extramenü ausweichen. Dann machen wir doch das gleich So Ich kann doch noch langreifen Ah ja, ich verstehe Deshalb Dann mal Moment Moment, Moment, Moment Pasca Das ist immer von uns Dann müsste unbedingt mal rein in den Kampf Was macht mir da schönes Protest Er ist sehr kaffee Was hat das jetzt gebracht? Nichts Aber ich kann jetzt voll schön angreifen Oh, Panzerbrecher wäre nötig Für Höhe daneben Ich sehe Panzerbrecher wäre nötig Jetzt kann ich noch fast auf Yuna zaubern Nicht auf den Boss Nee Auf Yuna Blot des Flutidos Ich habe übrigens keine Ahnung mehr Wie diese Boss geht Was hat das Wackereien Beteiligen Wackereien Beteiligen Oh, Tobsucht Das und O Und Was hat das Okay, wo sind das Ich muss noch mal als Heilerin drin lassen. Das ist nun mal nicht mehr in diesem Zustand, das ist gut. Ich werde jetzt mal alle anderen mal in den Kampf bringen. Ich kann schon mal was klauen, denke ich. Netter. Schön, es geht. Nein, kein Medica. Einfach mal einen Roadtest saubern, und zwar... Wacker. Schön, dass Topsops nicht immer alles bringt. Jetzt halt mal warten. Dann haben die Kimari war noch nicht drin. Ich kann auch mal verteidigen. Jetzt warte ich einfach mal. Beten. Warten. Aber ich will hier noch eine Rüstung. Wo ich wechseln kann. Wo ich liegen kann. Ne. Ich komme noch mal beten. Was ist das? Ich kann noch mal steigen. Ich kann noch mal verteidigen. Juno war die Einzige, die noch nicht genutzt wurde... Auch mal verteidigen... Auch mal verteidigen... Schon wieder Topsucht... Okay, dann kann ich jetzt auch noch mal Tidus reinziehen in den Kampf. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen Ruhe. Äh, weiß ich nichts... Medica auf Acker... Zum Acker werde ich jetzt mal Position tauschen... Genau hier... So... Aha... Jetzt muss Oren rein... Obbeding mal Panzerbrecher... Shit Immune... Was ist denn los? Na dann... Mal schauen, welches Element ich erwische... Wasser... Ich lasse mir immer schön Zeit... 4099... Ja... Okay... Oh... Jetzt muss ich wechseln... So... Position... Wechseln wir mal... Obwohl die Minen nicht in die Luft gehen... Obwohl die Minen nicht in die Luft gehen... Ich warte jetzt mal schön... Warten... 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 Ich werde eigentlich jetzt egal... So... Gut, jetzt ist nur gegen Tidus gegangen... Jetzt müssten Wacka wechseln... Egal wohin... Und Tidus auch... So, Korn kann jetzt... ...neee... ...oder nicht. Er ist so gut in der Verteilung, das ist echt mühsam. Vor allem ist er gegen Panther Brecher hinten. Das ist wirklich mühsam. Okay, komm, du wirst dich jetzt mal schön heilen. Mega-Posteln habe ich ja genug... Okay, 1280, schön... ... und dann noch mal wieder... Gut, nochmal Position wieder wechseln... Du auch, wacca! Ich muss das halt einfach machen! Oder ich will das einfach machen! Ich glaube, dass wir eben weiter kontert! Haha, wir können einfach weiter angreifen! Das ist ja praktisch! Dann greifen wir einfach mal weiter an! Warum nicht? Ich hoffe, ich kann von dem nichts lernen oder so! Nein! Müsste ich nicht können! Drago nicht mehr! Ich meine, ich kann von dem nichts lernen oder so! Ich hoffe, ich kann von dem nichts lernen oder so! Nein! Müsste ich nicht können! Das finde ich ja mal richtig toll! Moment! Auf diese Minde kann ich nicht! Auf diese auch nicht! Aber auf diese! Dann gehe ich halt hier hin! Das wäre jetzt schön, wenn Ornn verteidigen könnte! Ich warte ab! Ich muss jetzt mal verteidigen! Jetzt muss ich einfach angreifen! Tut mir leid! Tut mir leid, Ornn! Aber deshalb verteidigst du ja! Dann gehe ich diese Minde in die Luft! Und diese! Auch gleich! Genau! So! Jetzt legte nochmal Minden aus! Ja, jetzt müsste ich... wechseln! Sehr gut so! Verteidigen! 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 So, aber diesmal muss ich ihn... Genau! So! Naaah! Immer noch nicht! Scheisse! Jetzt hätte ich gedacht, es wäre Geschichte jetzt! Ähm... Ich dachte noch 2110! Okay! Um ganz sicher zu gehen... Mal Heilung! Ja, ist doch egal! Ja, ist doch egal! Ist jetzt echt egal! Er ist jetzt gleich tot! So! Ist Geschichte! Tatsächlich eine gute Verteidigung! Muss man sagen! Braum werden noch gegen Handzerbrecher immun ist! Braum werden noch gegen Handzerbrecher immun ist! Tatsächlich eine gute Verteidigung!